Heute geht es nach St. Veth und da werden wir mit dem Fahrrad hinfahren. Mein Vater und ich fahren auf dem Tandem mit dem Motor und meine Mutter fährt auf dem E-Bike mit dem Motor. Musik Durch das Mondjauer Land, über die Fennbahn vom Norden Ostbelgiens zum Süden Ostbelgiens nach St. Veth. Zusammen mit meiner Sandra und mit meinem Sohn Nephew. Musik Wie lang also? Und wo schlafen wir denn? Wir haben ein Zimmer gemietet in St. Veth. Da schlafen wir. Musik Du kannst doch was erzählen. Nein. Was sagst du? Du musst einen Gang tiefer machen, damit wir schneller sind. Musik Und jetzt gleich kommen wir auch schon auf den Fennbahnradweg. In zwei Minuten. Musik 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 Nebio, was hörst du überhaupt die ganze Zeit? Ähm, eben hatte ich irgendwas mit Reiten in der Wüste gehört. Musik Und davor habe ich immer rote Schlange gehört. Jetzt hörst du wieder rote Schlange. Musik Dann fesst du wieder Ich muss noch ein bisschen schlafen. Ich bin so früh aufgestanden. Und wie viel Uhr? Ich glaube sieben. Ich bin so früh aufgestanden. 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 Und wie viel Uhr? Vielleicht hat man nebeneinander gemessen. Ich bin so früh aufgestanden. 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 Woher weißt du das? Wir waren mal so im Museum im Kindergarten. Da haben die einen Beber ausgestopft. Und da haben die mal die Zentres gezogen. Und dann haben die gesagt, zwei Meter lang. Ach ja. Aber man sieht nur ein Stück und der Rest ist im Schädel drin. Ja. Aber zwei Meter? Ich glaube, das waren zwei Meter. So. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Leider geschlossen. Wir hätten so gerne Kaffee getrunken. ZDF, 2020 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 Krabbeln. Was meint ihr denn? Weiß nicht. Warum sind die wichtig? Weil wir dann keine Nahrung mehr kriegen. Was ist das Problem? Das geht hier nicht an. Mabel. Wir sind uns da. Wir haben ihn. Wir sind uns da. Wir sind uns da. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier zwischen Born und St. Vitt gibt es die Wasserscheide von Rhein und Maas. Alles was hier zur linken fließt, fließt dann irgendwann in den Rhein. Alles was zur rechten fließt, fließt irgendwann in die Maas. Interessant? Da sind wir. Da sind die kleinen Dings. Untertitelung des ZDF, 2020 Peace. Guten Morgen. Wir frühstücken heute auf dem Zimmer. Und das ist so viel hier. Wir haben überhaupten mega Glück. Mach das. Zu Hause halten wir nie so viel. Ich würde es machen. Ja, aber dann musst du es mit der rechten Hand und du bist rechte Hand. Dann musst du ein bisschen den Deckel an. Ja, aber dann muss die Möten die Möten. Aber dann muss man auch noch das letzte Jahr fühlen. Da sind wir schon wieder raus. Hier kommt der Möten. Ja, aber dann wird es ein sehr Lass. Musik Aber jetzt musst du warten Guten Morgen hier vom Rath Heute geht es vom schönen St. Vitt nach Hause ins schöne Hauset Gestern sind wir rund 85 Kilometer gefahren Heute geht es teilweise über die Fanbahn zurück Aber nicht nur Wir werden auch ein bisschen anderen Weg nehmen Absurbrot durch den Wald durch den Hertogenwald Ich freue mich schon auf diesen Tag Musik 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 Sag mal, heute ist es 10 Grad kalt. Wir durchfahren das Naturschutzgebiet der Emmels, ein kleiner Bach und auch hier sehen wir die Bissspuren des Bibers, der hier eifrig ist. Musik Musik Die Freiherr von Korfbrücke hier in Born ist 285 Meter lang und hat 11 Bögen. Gestern sind wir schon drunter gefahren und heute fahren wir noch einmal drunter, 18 Meter hoch. Musik 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 Hier in Sobrot fahren wir dann von der Fanbahn ab ins hohe Fan. Musik 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 Wir sind jetzt hier im wallonischen Fenn und das zeige ich euch jetzt. Nicht daran wackeln! Nicht! Guck mal! Guck mal! Neviu ist gerade auf dem Weg zu zwei Birkhühnern, die vom Aussterben bedroht sind. Guck mal! 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 Ich habe mich da gekniet und gesetzt und so und dann wird es natürlich dreckig. Ich habe mich da. 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 Ich habe mich da.